Prinz Harry, erstes Mal hinterm Pub Auch William war vor Ort Nachdem Prinz Harry, 38, in seinen Memoiren auch über sein erstes Mal mit einer älteren Frau hinter einem Pub geschrieben hat, rätselte die Welt, wen der Aussteiger Royale wohl meinen könnte. Licht ins Dunkle bringt nun Sascha Walpole. 40, die in einem langen Interview mit der britischen Zeitung Daily Mail erstmals über ihre Nacht mit dem damals 17-jährigen Prinzen spricht und zugibt. Genau die Frau zu sein, von der Harry in Spare spricht. Er begann mich zu küssen, erinnert sie sich. Es war leidenschaftlich, intensiv. Wir wussten es beide. Es ging ziemlich schnell von einem Guss auf den Boden über. Es war sofort, feurig, bum bum, zwischen zwei Freunden. Es war prickelnd. Weil wir es nicht hätten tun sollen. Für mich war er nicht Prinz Harry, sondern Harry. Mein Freund, und die Situation war ein bisschen außer Kontrolle geharrten. Es fühlte sich unanständig an. In dem Sinne, dass es nicht passieren sollte, so Sascha Walpole. Weiter verrät sie. Das ist Harry war, der an ihrem 19. Geburtstag den ersten Schritt gemacht habe. Sodass sie zusammen auf dem Feld hinter dem Sevine-Triebab in dem Dorf Norton in Wiltshire landeten. Gegenüber Sissern geht Sascha Walpole nun weiter ins Detail und enthüllt, dass sich auch Prinz William 40, an jenem Abend in dem Pub aufgehalten habe. Doch obwohl die Brüder gemeinsam in den Pub gingen, waren sie in etwas unterschiedlichen Gruppen unterwegs, so Walpole und Eckle leert, wenn beide in der Kneipe waren. Befanden sie sich wahrscheinlich an den entgegengesetzten Enden der Bar. Anführungszeichen. Auch wegen seiner Rauchgewohnheiten hielt Harry Abstand zu William, er wollte nicht, dass seine Leibwächter ihn dabei erwischten. So bekam William nichts davon mit. Als sich Harry mit Sascha rausgeschlichen hat. Ob der heutige Prinz auf Walis noch anwesend war. Als sein kleiner Bruder auf dem Feld entjungfert wurde, wisse die heute 40-Jährige nicht. Doch sie glaubt, dass William in dieser Zeit Spanne nach Hause gegangen ist. Ob Harry seinem Bruder je von den Geschehnissen in jener Nacht berichtet hat? Verwendete Quellen, Tesun Kouk, Delimel Kouk.